YouTube, Servus, in ein paar Tagen ist es wieder soweit. Maibaime werden gestohlen, als ob sie aus Gold warren. Du fragst dich jetzt sicher, Maibaime, Stein, was ist das? Wer macht das und warum spinnen die Bayern einfach komplett? Ich erkläre dir kurz, warum es dabei geht und wie das abläuft. Jedes Jahr treffen sich Ende April in allen bayerischen Dörfern mit einer Feuerwehr oder einem Burschenverein oder irgendeinem anderen Verein die Leute um einen Maibaime aufzustellen. Warum macht man das? Zwei Gründe. Erstens, es ist praktisch der Schwanzvergleich zwischen den Dörfern. Wer hat einen größten Maibaime? Zweitens, saufen. Grundsätzlich findet der Bayer ja immer einen Grund zum saufen. Und wenn er keinen findet, dann stellt er einen abgemalteten Baum auf und sagt, das ist ein Fest. Weil dann hat er auch einen Grund zum saufen. Weil kommt man zu einem Maibaime? Das ist ganz einfach. Die Vereine vom Dorf gehen in den Wald. Schwier ist das ja nicht. Wir sind in Bayern, da ist praktisch überall Wald. Und dann suchen sie die größte Geräte Fichten aus, die es finden und hauen sie wieder drüber. Danach wird abgefieselt oder auf Preistisch von der Rinde befreit und abgemalt. Weil die ganze Aktion an sich schon ein Fest ist, wird der Maibaime fast immer im bayerischen Raupenmuster abgemalt. Weil nach zwei Malmast Bockbier kann keiner mehr was anderes malen. Und selbst das Muster wird dann schon zur Herausforderung. Das Leben von einem Bayern könnte damit eigentlich schön sein. Aber es gibt nur einen Haken. Man stellt einen Maibaime nicht bloß auf. Wenn man kann, dann klaut man auch noch einen Maibaime vom Nachbardorf. Warum? Ja, richtig, wegen einem Saffer. Weil, je nachdem, weil festgesucht Leute Leute sind, ist das Stehen vom Maibaime aus dem Nachbardorf auch ein Fest. Sprich, die, die ihn klauen, sind hauen voll. Weil läuft so ein Maibaime still also normalerweise ab? Bei Nacht und Nebel treffen sie die Klaupratzen und schleichen sie ins Nachbardorf rein. Dahin, wo der Maibaime gelagert wird. Ein Bulldog ist meist auch dabei, weil besuffen oder nicht, tragen kann man den Baum normalerweise nicht. Dann muss man schauen, ob das Nachbardorf ein Maibaime wach hat. Falls ja, kommt wieder das bayerische Patientrezept zur Problemlösung ins Spiel. Saffer. Wer clever ist, kriegt die gelangweilte Maibaime wach nämlich so schnell besuffen, dass die ihren eigenen Namen nicht mehr weiß. Wichtig ist aber, rieren darfst du sie nicht mehr können und gerade schmerzen. Weil, wenn Maibaime wach, braucht es einem Baum auch viel in den Kunden und sagen kann, der Baum bleibt hier, ist der Raubzug gescheitert. War der Raubzug aber erfolgreich, wird erst einmal richtig gefeiert und gesuffen. Und warum? Weil das Nachbardorf die Drecksfichten auslesen muss. Oder soll. Ausgleichst wird der depperte Maibaime in der Regel mit was? Richtig. Saffer. Und eine Bratzeit. Faire Angebote sind meist so was, weil zweimal das Bier und eine saubere Bratzeit für jeden, der mitgeklaut hat. Sobald der Maibaime dann ausgleichst ist, bringt er die, die er geklaut hat, auch wieder zurück. Und dann herrscht Frieden und alle gingen heim und haben sie wieder gern. Und feiern und saufen. Also es geht irgendwann permanent ums Saffer. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, und was ist, wenn der blöde Maibaime nicht ausgleichst wird? Ja, Leute, Gegenfrage. Wisst ihr, was mit einer Geisel passiert, für die keiner Lösegeld zahlen will? Schott um den Baum. Hat euch das Video gefallen? Ich hoffe es. Wenn nicht, ist mir auch egal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich riesig freuen. Schaut es euch auf meinen Kanal um. Da gibt es noch das eine oder andere Video, das euch vielleicht gefallen könnte. Dann passt es auch von meiner Seite aus. Servus, da war euer Wald. Schott. 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 Schott.